ja los und habe die rehe willkommen zurück bei einer gemütlichen runde werlheim unsere fakten sind wieder aus das müssen wir alles noch mal neu machen sehr gut sehr gut die kann wieder aufhängen das hier machen wir mal raus ich glaube zu essen haben wir nichts mehr oder was haben wir denn der linken muss mit gestampften stein und feldpilzen unser starker gelbstoff ist fertig so das wiederum heißt lederrucksack wir kommen denn dazu brauchen wir starke gerbsäure und ein fell vorbereitetes fell vorbereitetes fell ist erstellt durch im fass zwei liter gerbsäure und ein fell klein okay hier ist es dann egal welches fell okay ein großes fell sind dann zehn und das ergibt leder okay sehr cool ja ich würde sagen wir bauen uns lederrucksack wir packen wir haben jetzt hier zwei liter plus ein kleines fell zwei liter wir haben jetzt hier zehn liter drin das heißt es kommt hier für ein fell rein und da für ein fell ist natürlich jetzt wenig weil dann haben wir für das leder da wo man ja auch noch mal ein aha 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 jo jetzt gehen wir mal zurück wie viel brauchen wir denn für ein zwei vier sechs acht stück ich kann hier zehn rein machen zehn dann brauche ich hier drüben zehn liter von der zweiten um dann aus den zehn auch wirklich leder zu machen okay also folgendes wir machen jetzt folgendes wir bauen uns hier sind wir daheim ledermittel das dürfte ja eigentlich egal sein ne und zwei drei vier fünf sechs sieben acht mal zehn die nehmen wir uns mal mit die packen wir jetzt da mal rein die kommen jetzt hier rein die zehn das ergibt dann rohes fell mittel und starker gerdstoff das geht nicht geht es nicht das sind doch hier zehn liter starker gerdstoff ich glaube ich muss den jetzt erst mal raus nehmen jetzt passt mal auf warte mal jetzt wartet mal wartet mal wartet mal und jetzt hier mal so den holen wir jetzt hier mal blub einmal raus so den hier ebenfalls raus jetzt haben wir nochmal zwei normale fässer so dann kann ich hier ja ich kann zehn liter rein machen na toll zehn liter starker gerdstoff so ich habe hier ein lederrucksack der braucht leder und leder wird aus starker gerbsäure und fähl mittel groß und riesig und klein also gar was vorbereitetes fähl so vorbereitetes fähl groß 6 liter ergeben ein großes fähl jetzt daher der name hase jetzt verstehe ich ok das heißt ich kann hier ein großes fähl und ein kleines fähl rein machen naja ok 1 2 und ne geht nicht es war mal wir nehmen jetzt das hier raus und schütten das hier rein ne kann man hier irgendwie so einzelne liter rein machen eben kann man nur zehn liter ganz oder gar nicht ne ich habe hier fell muss ich das vorher noch irgendwie arbeiten rohes fell jetzt passt mal auf wir können ja hier gucken wir können hier rohes fell und dann machen wir mal ha rohes fell geöltes fell heilbar ok und durchweichtes fell durchweichtes fell ach mit wasser muss ich das jetzt nee wie stelle ich die hier borax pulver oder im kalk jetzt war ich zu langsam kalkstein ach komm jetzt muss ich mir noch kalk suchen mhm ei 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 ok also ist das hier ein echter aufwand nichtsdestotrotz packen wir jetzt hier mal unsere zwei Eimer rein und unser Fell ich würde sagen ich versiegel die hier gleich mal wieder mit ein bisschen ähm hier kommen wir das Fell mit komm mal mit das Fell kommt hier rüber das brauchen wir ja eh hier drüben ähm so hier wieder zu hier ersiedeln wir den ganzen Hobel wie spät ist es denn jetzt sind wir 28 was ist denn da passiert was kam denn die Zeit jetzt hin ok ähm so äh Gerbstoff Gerbstoff holz wir nehmen jetzt die hier mit die packen wir jetzt ebenfalls hier mal rein wir haben ja noch Wasser wir haben ja eine endlose Wasserquelle ähm halt komm zack ups nichts ach ich kann immer nur einmachen ne obwohl jetzt warte mal kann ich hier mehr als 10 Liter Wasser einfüllen ich kann schon mehr als 10 Liter Wasser einfüllen oder jetzt pass mal auf pass mal mal obacht hier haben wir unseren Wasser einmal zack rein so jetzt kommen wir ja hier jetzt sind drin 10 Liter Wasser jetzt hole ich hier folgendes ich hole jetzt hier nochmal Wasser eins zwei jetzt müssten eigentlich genau ei 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 ok also so läuft es nicht anders zwei drei äh drei vier fünf jetzt ist es voll fünf das heißt ich kann auch hier äh fünf von diesen Dingern rein machen und kriege dann richtig viel 50 Liter rechne 50 Liter Schwager so dann eins zwei drei und dann holen wir uns hier auf jeden Fall nochmal mehr jetzt verstehe ich wie das funktioniert eieieieiei komm mit Eiche äh vier fünf so dann hacken wir das hier mal wieder da rein weil wir wollen ja hier mit der Eiche noch ein bisschen Gerbstoff herstellen das lassen wir uns mal hier gut so dann gehen wir her und füllen hier Wasser ein Wasser noch mehr Wasser noch mehr Wasser noch ein Schwung und dann gehen wir her und machen das so so viel zu dem Thema mit dem ähm Gerbstoff so jetzt müssten wir fast auf die Suche nach Kalk gehen so wenn ich halt wüsste wo Kalk ist mhm nichtsdestoweniger wir haben ja hier schon wieder vier Uhr also in einer Stunde kommen schon wieder die Drifter wir haben draußen drei Grad plus das ist nicht wirklich viel wir haben ja auch noch ein bisschen was gefroren es gibt auch noch etwas Schnee hier was wir aber machen könnten wäre wir haben ja irrsinnig viel an Bruchstein wir haben hier Bruchstein genau wir haben hier Bruchstein hoppala ah um Bruchstein herzustellen könnten wir oh ja noch hab ich die Schaufel nein ich schaufel nicht dabei ey 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 wer sich im Kopf hat hat in den Füßen hab ich noch eine Schaufel ich hab ja keine Schaufel mehr wir könnten noch ein bisschen Ton abbauen einmal einmal mehr überlegen und weniger leiten ich hab hier was da so dann zack zack so dann eine eine Schaufel so ich könnte mir auch mal eine Kupferschaufel zurecht äh klopfen aber ich würde ganz gerne die Axt noch ein bisschen bemühen weil ich irgendwie glaube dass ähm das knapp werden könnte so schaufelchen 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 so sehr schön so dann den stellen wir da wieder hinter zack so hier lassen wir offen und wir gehen jetzt mit der Schaufel blauen Ton abbauen denn da brauchen wir noch ein bisschen was um hier noch ähm ein paar Finger herstellen zu können so dann kriegen wir nämlich das was wir vom äh Mining her also von der Minenarbeit her weg so so bevor jetzt dann die Döfter wieder aufsachen sieht es jetzt hier aus jo da ist schon einiges am blauen Ton es wird dann jetzt die Erde noch ein bisschen wegklopfen und anfangen hier Steinarsen rundum zu bauen aber die Reihe machen wir noch ein jetzt läuft dann gehen wir her und klopfen hier raus eins zwei drei ich kann sie schön da hören meine Special Drifter hello my drifter dear so ja 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 bloß kein Stress aha seht ihr läuft jetzt wenn ich jo mal tropfen jetzt hier unten mal die zwei Reine raus so fahr ich hier ein irgendwie kommen da jetzt wahrscheinlich hunderte von Driftern aber wir sind gewappnet denn wir sind hier oben aha ihr Drifter da kommt ihr nämlich nicht hin und ich habe hier meine Ruhe und kann hier weiter bauen seht ihr so läuft das dann ganz gut dahin oh vielleicht weil ich will ja halt zack 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 sind wir hier dann bauen wir hier unseren hier haben wir unseren Keller jo eins zwei so bauen wir hier gleich wieder zu so gut da kann man dann auf jeden Fall mal irgendwie runter wenn man das hier weghaut oh oh da kommt ein Drifter da kommt ein Drifter Drifter da kommt er OK da kommt der Drifter da kommt der Drifter oh ja runtergefallen 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 nein 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 ich will nicht ich will nicht ich will nicht sterben ach hier ja so aha Drifterlein aber da die ja hier oben auch spawnen, würde ich jetzt einfach mal ganz schnitt wieder reinrumpeln dazu machen und wir haben ja jetzt hier was mitgenommen das heißt wir können ein paar Steinchen bauen ach ja, wie viele brauchen wir denn? wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 Stück jawohl, jawohl, jawohl so lässt es sich aushalten und noch eins und klick, klick, klick zack, jawohl top, seht ihr das? ah, sehr schön Glas wäre halt echt cool der Drasenhopfen, die trifft da rum ich mag die nicht ich ehrlich bin das ist wirklich nicht so einmal Futterage einmal Futterage kriegen wir noch? jo aber nicht mehr viel wir müssen da wieder kochen aber ich habe mir gedacht jetzt wir gehen mal in den Keller und holen uns was aus unserem Reker 60 Tage der hat hier 50 Tage wie lange hast du? 1,2 nein 1,1 na da 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 wie sieht es denn hier aus? ah ja wir können uns hier noch was kochen wir können uns hier noch was kochen ich würde fast sagen wir gehen mal jagen dann könnten wir mal Fleisch einen Topf machen mit Kohl und Dinkelkorn das glaube ich wäre gar nicht so schlecht Dinkelkorn ist jetzt nicht unbedingt die Sättigungsquelle schlechthin aber die hält auf jeden Fall also Kohl ist ja ist ja Wahnsinn oder 300 Sättigungen ich habe ja schon mal mit rotem Fleisch ein bisschen hantiert ok also wir nehmen uns auf jeden Fall mal hier was mit wir nehmen uns mit 5,10 von denen hier aber die Hälfte 1,10 und von denen und die haben jetzt immer 100 die sind 95 Tage 83, 84 und die hier und ich habe ja noch ich habe ja hier noch ohne Ende die sind viereinhalb Tage ja von denen habe ich eindeutig zu viel mitgenommen aber das müssen wir jetzt das heißt ich koche hier und haue mir einen Haufen Bären um die Wand die kommen jetzt gleich mal hier rein wo sind sie noch 2,6 Tage haltbar wir kochen uns jetzt aber hier gemütlich zack und zack äh halt und wir wir haben hier Fackeln noch hier noch eine Fackel hin und da noch eine Fackel hin jo haben wir hier auf jeden Fall mal schon ausgeweicht ah im Keller könnte man auch mal Fackeln prostieren zack und zack dann machen wir nämlich nicht immer mit zwei Fackeln hier rumrennen oder einer ja gut dann würde ich fast sagen hier haben wir uns mal Holz Holz, 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 Holz zack packen das Holz hier rein zünden den Hobel an und packen dann unseren so zack unseren Kochtopf da drauf wir packen hier noch ein bisschen Holz rein dann bleibt es hier schon warm gut wir haben gesagt wir machen hier zack zack dann das hier rein und das hier rein und hier so und dann dürfte das kochen genau läuft dann haben wir hier was zu essen und was so schön war haben wir uns jetzt hier mal 10 Beeren um die Ohren die Hälfte Hälfte zack hier zu wir essen schon mal Beeren mal die mal ein bisschen weg essen bin gespannt wie lecker hier dieses Dinkelmus mit gestampften Kohle und Steckrüben wie viel Energie das Ganze gibt aber wahrscheinlich so viel dass ich die Hälfte gar nicht brauche ich habe mir den Winter eigentlich irgendwie schlimmer vorgestellt wenn wir hier wirklich nur weiß ich nicht sechs oder sieben oder acht Tage haben dann sind das bei 1500 mal acht oder ist das gar nicht so viel oder ist das gar nicht so viel Energie ist definitiv nicht so viel Energie aber okay wir haben jetzt mittlerweile 21 Uhr ich hau mich aufs Ort beziehungsweise ich räume jetzt noch alles ich würde einfach mal morgen wir könnten noch ein paar Spikes umwandeln in in Fackeln und dann morgen einfach mal losziehen wollen halt ne die Ton nicht hier rein hier kommt nur der Feuerton rein äh der Ton der blaue dann haben wir eigentlich hier mhm hier nehmen wir mal ein paar mit und die tun wir dann hier rüber genau hier so machen wir es du kommst hier hin du kommst hier hin haben wir sonst noch irgendwo die tun wir auch noch rein machen wir hier mal die Steine alles drin so sehr schön das hier die Erde die Erde die Erde die Erde die glaube ich habe ich hier draußen irgendwo niemals getäuscht ach die tun wir hier rein komm gut dann kommen hier noch die Bretter rein die haben wir ja auch noch zack da fehlen uns eigentlich nur noch Ordnung hat nur noch Ordnung hier hier zu also das Holz da rein apropos Holz das können wir auch hier rüber tun das kann man sich sparen im Moment noch wir nehmen das da raus das da die Hälfte der Hälfte sind 10 Fackeln wir müssen doch noch was reintun ne 10 so passt dann hat man das erledigt die Fackeln können dann hier mal durchbrennen ähm wir stellen unseren Topf hier ein blopp ja das sind 1080 fünf Portionen verderblich aber das wird nur ewig dauern ok 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 dann heißt es jetzt ab ins Bett und wir sehen uns halt vollen Wagen würden wir noch nehmen ah voll bis gleich so wir haben mittlerweile den 4. November minus 8 Grad also das ist jetzt echt zapptig da draußen ähm wir haben hier unsere 10 Fackeln die sind hier ebenfalls mit dem Holz durch die kommen dann hier rüber die Fackeln packen wir hier ein und dann würde ich fast sagen wir gucken mal äh los es ist ja 8 Uhr ähm zu essen brauchen wir noch was dann nehmen wir uns mal einmal mit so so wie viel ist jetzt da noch drin 0,4 fast eine halbe das sind immer 600 jo die nehmen wir einfach mit gut wir haben noch eine Hacke haben wir denn noch eine zweite falls wir irgendwo nein haben wir nicht das heißt wir müssten jetzt einfach mal in irgendwelchen Caves suchen also in in mit hier bauen wir auf jeden Fall noch zack das hier muss laufen das hier muss noch laufen so hier bauen wir noch eine Schaufel ich möchte nämlich noch mal bei den Ruinen vorbeigucken wir hatten ja irgendwann mal ähm so so Knochenerde oder was das war vielleicht lässt sich mit dir was anstellen die buddeln wir jetzt mal aus großzügig schauen mal was passiert so die Sticks lassen wir hier die werden wir dann auch irgendwann mal auffüllen müssen aber dazu später mehr okay zu und dann lasst uns mal so zapfig hier zack wir haben ja hier hinten theoretisch irgendwo so so ein eine Ruine so ah ich glaube hier war ich eh noch nicht gell oder war ich hier schon ja hier war ich schon hier war ich schon unten aber ich will ja hier eigentlich nicht runter hier geht es auch ziemlich tief runter ja ne 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 da komme ich irgendwie nicht raus und dann war da ein Problem ich möchte jetzt hinter zu dieser komischen ähm Ruine die war hier irgendwo zack äh glaube mich zu erinnern oh das bist ja du wachsende Rungen ja das ist ja schön aber ich glaube ich habe viel genug brauchen also wenn ich mir das so angucke ähm ist es auf jeden Fall so viel dass ich einfach nimm es mit so noch mal so noch mal drei Samen genau hier irgendwo war das da ist es hier genau hier habe ich mal ähm Kies abgebaut zum Schiffen und hier haben wir so Knochen so ich buddel jetzt hier einfach mal rund um hier haben wir nämlich auch so komisches das Knochen Knochen zeig und zack also hier ist mal nichts ist irgendwie ähm in Bedeutung ja okay lässt mal gut sein dann gucken wir hier noch ah ja hier ah wir topfen mal runter bis abs ne okay hätte ja sein können dass wir hier noch irgendwas tolles finden aber nö ah okay wir haben aber noch irgendwo oh guck mal hier ist wieder ne Stecklinge oder Stecklinge den nehmen wir auf hier äh ah ja ähm oh da ist wieder so ein Knochending wir nehmen jetzt das mal mit mal gucken was man mit dem alles anstellen kann guck mal ja dich klopft mal weg jetzt kann man den mit dir alles anstellen ah okay passt das schon wieder anscheinend oh schade naja hätte ja sein können dass man damit was anstellen kann so komm jetzt komm auch äh so hier haben wir wieder ah ja hier hab ich gebuddelt genau hier drüben haben wir nämlich nochmal irgendwo ähm ruinen wo waren denn die wir gucken mal hier haben wir ähm die waren dann hier ist sogar Schnee am Ende da waren das nicht irgendwo die waren da drüben schon ich weiß noch nicht mehr genau wo hier könnte das sein dass die hier irgendwo waren wo waren die hier hier hab ich auf jeden Fall mal den Feuerton her her gute Frage gell wenn man das mal wüsste ist ganz interessant die Karte färbt sich hier nicht an weil ich dieses Gebiet nicht mehr besucht hab ich würde sagen wir laufen jetzt hier einfach mal hoch hier so rum nicht durchs Wasser irgendwie hab ich das Gefühl dass das nicht so gut ist wenn man hier noch durchs Wasser läuft genau hier außen rum und dann waren doch da eben noch so ruinen da außen rum hier wäre noch Torf der ist übrigens sehr gut eignet um Ziegel zu brennen für jeglich möglichen Zeug was haben wir hier ne aha 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 gut naja hier ist unser ah ok es gibt anscheinend auch verschiedene Arten oder Höhen von Schnee also hier wäre mal der der Händler und war das nicht Irre Kind wo hier hier waren doch noch beim Händler waren doch noch irgendwo ruinen naja ich wenn man halt sowas merken könnte ich weiß dass ich hier Kupfer her hatte hier war irgendwo Kupfer und da hab ich mich dann geärgert dass ich nichts gefunden hab wobei ich auch nicht mehr genau weiß wo ich hier Kupfer gefunden hatte das heißt drum aber wir laufen jetzt mal hier wie spät ist es denn es ist jetzt halb 1 wir haben also noch Zeit also laufen jetzt einfach mal hier in die Richtung vielleicht finden wir noch irgendwas interessantes ah ja hier hat es zum Beispiel nicht geschneit halt wo sind wir jetzt hier ah ja hier hier wir sind die Ruinen also rechts rum und ab durch die Mitte ab durch die Mitte hier rum schaffen wir das zeitlich noch ja schon leicht sogar viel leicht sehr gut dann dahinter mal gucken mal wir sind jetzt hier wir müssen hier lang hier durch darum dann haben wir hier die wir sind noch mehr von den Strukturen ok also hier lang dann so leicht rechts rundum und da hinten irgendwo oder oh wo kann ich mich denn sehen Jo Freunde das ist mal interessant einen weißen Punkt auf weißem Untergrund zu finden nicht so einfach denke ich bin jetzt hier irgendwo da bin ich ok hier bin ich hier hier hinten rum ich will nicht ins Wasser ich will definitiv nicht ins Wasser hier rum ach komm ja ja drifter ganz locker bleiben ja aber ich komme hier rüber hallo so guck mal jetzt bin ich hier jetzt muss ich hier rüber ist das da oben nee das kann ich mir nicht vorstellen das muss hier unten irgendwo sein hier rum oh oh komm da ist es bingo und hier muss doch irgendwo was sein was auf jeden Fall funktioniert und wir abbauen können komm schaut mal da ha 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 ich habe jetzt übersehen Oratsgefäß mit Essen das verdirbt und kann ich oh sehr schön so dann dann putteln wir hier mal durch guckt an guckt an guckt an guckt an jawoll ein sammelgut her damit oh da sind da sind da sind da sind da sind da sind Waden drin hier sind Waden drin Bienenwaden drei stück feuer ton sehr schön sehr schön und her damit sauerstark ein altes halbett jetzt muss ich hier auch wieder rauskommen das ist die Frage habe ich denn habe ich denn noch ja ich habe noch sehr schön so zack 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 ja voll genial haben wir denn haben wir denn mal noch mal mehr von dem Zeug aber scharf ich weiß dass du weißt dass wir wissen dass wir das nicht wollen was du ah ja wir müssen fast ein bisschen schnell machen wir haben doch da irgendwo noch sicher hier ist die nächste Ruine und hier guckt mal da muss doch irgendwas irgendwas muss es hier doch geben schau mal ah nee oh hm das hier ist ja fast relativ das hier ist die nächste Ruine wahrscheinlich suche ich genau an der falschen Stelle naja jetzt geht langsam aber sicher die Sonne unter ich sollte wieder zurück wir haben auf jeden Fall Quarz irgendwie gefunden hier drüben was haben wir denn hier noch haben wir hier noch irgendwo diesen komischen schrotter-schrotter-pump schau mal wow war ich denn hier schon ja ich war hier sicher schon ich weiß nicht ich weiß nicht das ist wahrscheinlich hier nicht wahr gute Frage keine Ahnung wir kommen wieder es wird nämlich langsam aber sicher dunkel wir müssen noch nach Hause und bevor ich mich jetzt hier verrenne und ich bin ja einer der sich immer fahren läuft müssen wir hier lang richtig genau hier zack 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 immer in die Richtung immer in diese Richtung okay so wir könnten so was zum ersten rein haben ich wusste es ich wusste es dass das alles hier ziemlich knapp wird wir haben November ich glaube das im Dezember dann noch schneller dunkel wird also hier müssen wir auf jeden Fall noch mal her am besten am Morgen wird es nichts aber ich muss gucken hier lang oder ich müsste jetzt irgendwo hier sein jawohl hier lang hier lang hier lang hier lang komm 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 auf nicht dass uns hier die Drüfte überraschen hier habe ich wenn ich ehrlich bin überhaupt keine Lust hier ist einfach nur brutal kalt so hier ist wieder ein riesen Loch genau hier ist ein riesen Loch nicht gut nicht gut oh wir sind da hinten ich bin falsch abgebogen ich bin falsch abgebogen ich muss hier außen rumlaufen okay wir hätten ein Bett dabei wir könnten uns einfach auch einbogen ich müsste hier durch ich bin falsch abgebogen genau hier haben wir Ton hier haben wir Ton hier haben wir sowas mehr Orientierung wie ein Dickhornschaf nämlich keine auf auf Richtung Heimat es ist ja noch nicht so spät wenn ich mir das jetzt angucke es ist erst halb fünf aber es wird schon dunkel also das heißt das mit den mit den Jahreszeiten haben sie schon wirklich toll gemacht auch mit der mit der mit der Tatsache dass es früher dunkel wird wie im richtigen Winter das finde ich schon toll bin ich denn noch richtig unterwegs ich bin noch richtig unterwegs also ich muss jetzt hier einfach lang immer geradeaus und dann dürften wir da relativ zügig ins Grüne kommen was hier ist ja fast prädestiniert für ich muss hier mal kurz rein oh hier war irgendwas das habe ich mitgenommen oder ich glaube schon da war irgendwas ein Drifter ein Drifter ein Drifter ein Drifter ein Drifter ich will keine Drifter auch nicht und da hinten ist mein Häuschen ich kann es sehen und was ich sehen kann ist oh dass ich sehen kann ist da ist ein Haufen Quarz drin hier ist ein Haufen Quarz hier ist ein Haufen Quarz hier ist ein Haufen Quarz wo bin ich denn da markieren markieren Name Quarz Quarz red 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 ja 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 ich bin schon ich bin schon red weg 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 hier kloppt hier also der kloppt mich sollte ich sagen okay sehr schön wir haben auf jeden fall mal eine riesen quarzmine gefunden die gucken wir uns auf jeden fall am nächsten tag mal an so dann gibt es jetzt erstmal lecker ein doch jawohl sehr schön das heißt jetzt packen hier noch mal zehn von diesen zehn von den stämmen hier hier noch mal und dann brauchen wir dann sollte das liegen so jetzt passt mal auf wir haben hier saunen die kommen hier rein zack zack und wir haben lastigils gefunden wir haben ein vorratsgefäß sogar mitgenommen aus keramik das kann man dann auch hier hinstellen und fackeln und noch ein bett ist das cool ein altes holzbett ein blumentopf aus leben und wisst ihr was ich richtig cool fände bienenmagen denn damit über einen eimer blablabla wilde bienenstock ausmitteln und wilde bienenstock im car druckbaum ok naja bienenmagen wie lässt sich jetzt aus einer oder was du jetzt aus einer bienenmagen alles machen und wenn man innen war wie irgendwie über eine ah honig und wachs zu erhalten ja sehr cool über einen eimer oder eine schüssel bringen um honig und wachs zu erhalten ok ich könnte mir auch mal schnell brot reinziehen also warum müsste ich nicht kann das über und wisst ihr was wir probieren das jetzt aus wir bauen uns jetzt hier mal das ein bisschen so machen wir machen mal den mal zu zack so und dann ist das cool ist das cool oder ist das cool so ok heißt für uns wir packen mal das hier packen wir hier rüber das hier halt das hier packen wir da rein den hier packen wir da hin dann kann ich jetzt doch sicher auch in den kocht ich hab noch ich hab noch einen kochtopf da ist er denn da rein so kann auch den jetzt sicher reintun und wo kommen wir von uns jetzt liegt der honig das ist auch stark und dann kann man doch sicher irgendwie marmelade ankochen das passt mal auf zack bienenwachs wir haben jetzt hier zwei bienenwachs und da kann man auf jeden fall ein paar drücken halt hier ach honig honig, 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 wachs wir haben ein bienenwachs äh bienenwachs hier damit kann man kerzen machen drei bienenwachs ich hab nur zwei gefunden oi 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 und dann braucht man hier zwei quarzen und irgendeine platte über eine materne ok ich hab schon gesehen ich könnte mich in den Arsch weißen ok sei es drum hier aus da rein so 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 und dann glaube ich kann man wenn man Glück hat hier noch Bären reinpacken und dann kann man Marmelade machen nicht da sondern hier wir nehmen uns jetzt mal sechs Bären mit und packen hier mal und dann stellt eine Portion Preiselbeermarmelade her wenn ich hier zwei mache geht's schon ja nicht mehr genau aber wisst ihr was wir stellen uns jetzt Preiselbeermarmelade her ich möchte wissen wie viel Energie die hier gibt ist ja gleich heiß so dann ist das Preiselbeerm das können wir zumachen da rein das machen wir ebenfalls zu ja ist das cool oder ist das cool ist das doch der Hammer so hier haben wir irgendwo unser da können wir dann das hier auch mit dazu tun die packen wir irgendwo hin und die können wir noch anzeigen genau die packen wir hier dann irgendwo hin auch hier her guck die packen wir dabei hier und hier hin und dann wieder mitnehmen gut die erste Maison damit wir jetzt nicht gleich äh Hunger leiden müssen sehr cool dann ich glaube wir haben's zack wir haben's sau cool da haben wir eine eine Portion Nomenade leider geil ok dann hätten wir das mal gesehen wir können also auch Marmelade kochen nicht spät es ist jetzt 21 Uhr wir haben noch ein bisschen so äh halt was mach ich denn das muss hier wieder hin ich hab Hunger ich würde jetzt das da noch futtern das macht nämlich hier zack gute Laune bring mal die Preiselbeermarmelade runter ähm wie lang hält sich die jetzt die ist noch heiß die hat noch 200 Grad ok jetzt haben wir hier natürlich voll cooles Bett also ich muss mal das Bett aufbauen das ich jetzt hier mitgenommen habe von Ikea ein Bett von Ikea ja das ist schon echt cool kann ich jetzt hier ja ich kann mich da hinlegen ok dann ab im Keller zack wahl wie lang wir packen dich jetzt in ein 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 ah ich könnte es noch in so einen Topf ich mach mal den Topf ich mach mal den Topf pack dich jetzt noch um zack in ein so einen Tontopf zack das ist jetzt Marmelade haltbar für wissen wir nämlich nicht schauen wir morgen nach wenn es ausgekühlt ist so dann würde ich sagen ich hab für heute eigentlich genug ähm erledigt und haben wir hier noch was zum fördern um die Wand so das hier weg den Räumen dann wieder weg da war ein Wert zack ah das sind meine laste Gears guck an es sind schon mittlerweile 6 und dann sehen wir uns zur nächsten Runde Wellheim hier aus meinem gemütlichen Bett bis dann euer Bitwuchs